Was habe ich denn so sträfliches getan, um mich gleich am Mörder hier zu verbergen? Dem frechen Buben habe ich die Finger gebrochen, weil er die Ochsen mir das treffliche Gespann vor meinen Augen weg wollte treiben, auf das Vogts geheiß. Ihr seid zu rasch, der Bube war des Vogts. Von eurer Obrigkeit war er gesendet, ihr wart in den Straf gefallen. In die Seele schnitt mir es, als der Bub die Ochsen vom Flug gespannte. Da übernahm ich der gerechte Zorn, und meiner selbst nicht her schlug ich den Boten. Oh, kaum bezwingen wir das eigene Herz, wie soll die rasche Jugend sich bezwingen? Ach, mich jammert nur der Vater, er bedarf doch der Pflege, und ich bin fern. Der Vogt ist ihm gehässig, weil er stets für Recht und Freiheit redlich hat gestritten. Erwartet nur, und fasst euch in Geduld. Ich würde klopfen. Geht. Was seh ich, Herr Werner? Seid hoch willkommen unter meinem Dach. Was führt euch her? Ach, Herr Walter Fürst, ich will euch nicht verhalten. Nicht eine müßke Neugier führt mich her. Mich drücken schwere Sorgen. In Melchtal wohnt ein gerechter Mann. Sie nennen ihn den Heinrich von der Halden. Wer kennt ihn nicht? Doch, was ist mit ihm? Vollendet. Der Landvogt büßte seinem Sohn. Um kleines Fehlers Willen, nieß er die Ochsen, ihm aus dem Flur gespannen. Da schlug der Knab den Knecht und wurde flüchtig. Der Vater aber sagt, wie steht's um den? Den Vater lässt der Landberger fordern. Und da der alte Mann mit Wahrheit schwört, er habe von den Flüchtigen keine Kunde, da lässt der Vogt die Folterknechte kommen. Oh still, nichts mehr. Er lässt ihn zu Boden werfen. Den Spitzenstahl ihm in die Augen bohren. Barmherzger Himmel. In seine Augen sagt ihr? Seid ihr der Sohn? Obe zwingt euch. Er tragt es wie ein Mann. Blind also. Wirklich blind? Das Licht der Sonne schaut er niemals wieder. O schon seines Schmerzes. Ach, ich muss er ja immer noch vergrößern. Denn alles hat der Landvogt ihm geraubt. Nichts hat er ihm gelassen, als den Stab. Nichts als den Stab, dem armen Greis. Alles geraubt und auch das Licht der Sonne. Hinüber will ich. Keiner soll mich halten. Das Vaters Auge von dem Landvogt fordern. Aus allen seinen Reisigen heraus will ich ihn finden. Nichts liegt mir am Leben, wenn ich den heißen, ungeheuren Schmerz in seinem Lebensblute kühle. Bleibt! Was könnt ihr gegen ihn? Er sitzt auf seiner hohen Herrenburg. Wenn die drei Länder dächten wie wir drei, so möchten wir vielleicht etwas vermögen. Wenn Uri ruft, wenn Unterwalden hilft, der Schweizer wird die alten Bünde ehren. Wir wollen hören, was die edlen Herren von Sillinnen und Addinghausen raten. Ihr Name, denke ich, wird uns Freunde werben. Erforschet eh die Männer von Uri. Ich will in Schwyz, Freunde werben. Wen aber senden wir nach Unterwalden? Mich sendet hin. Doch wie bringen wir uns sichere Kunde zu, dass wir den Argwohn der Tyrannen täuschen? Links am See. Wenn man nach Brunnen fährt, dem Mythenstein grad gegenüber, liegt eine Matte heimlich im Gehölz. Das Rötli heißt sie beim Volk der Hirte. Auf öden Pfaden können wir dahin, bei Nachtzeit wandern und uns still beraten. Da einmal jeder zehn vertraute Männer mitbringen, die herzeinig mit uns sind. So können wir gemeinsam das Gemeine besprechen und mit Gott es frisch beschließen.